Create your world. Ideen für die Welt von morgen. Die Ars Electronica hat im Jahr 1987 zum ersten Mal Medienkunstpreise vergeben, ursprünglich in den Kategorien Computermusik, Computergrafik und Computeranimation, wie letzte Woche in dieser Sendung zu hören war. Die Definition war damals noch relativ einfach, ging es doch um ein neues Feld, das bearbeitet werden sollte. Kunst, die aus dem Computer kommt. Jetzt, zweieinhalb Jahrzehnte später, kommt so gut wie alles aus dem Computer. Die Kunst hat begonnen, sich neue Wege zu suchen und der Prias Electronica hat versucht, sich mitzuentwickeln. Nicht nur mit der Neudefinition der Bestehenden, sondern auch mit der Einführung neuer Preiskategorien. Bevor wir zu der etwas vage definierten Rubrik Hybrid Art kommen, bei der dieses Jahr ein ganz besonderes Huhn als Kunstwerk im Mittelpunkt steht, geht es heute zunächst um Interactive Art, interaktive Kunst. Ich würde es definieren als die Kunst, dynamische Systeme zu entwerfen. Vermutlich technologische Systeme, aber nicht unbedingt, die mit ihren Benutzern in eine nicht-lineare, komplexe Beziehung treten. Man beginnt mit einem Set von Regeln oder Verhaltensweisen und von dort aus entwickelt das System gewissermaßen ein Eigenleben. José Luis de Vicente, ein Kulturwissenschaftler und Kurator für zeitgenössische Medienkunst aus Barcelona, war dieses Jahr eines der fünf Jury-Mitglieder, die aus den hunderten Einreichungen in der Kategorie Interactive Art die Besten ausgewählt haben. Das ist natürlich nicht neu. Es gibt Verbindungen zu vielen Bereichen aus der Kunstgeschichte, zum Beispiel zur kinetischen Kunst. Aber klarerweise bekommt die Interaktion in unserem Informations- und Digitalzeitalter eine besondere Bedeutung. Wir alle wissen aus dem täglichen Umgang mit Software, dass das hochkomplexe Systeme sind, die uns mit einer Ansammlung von Regeln und Befehlen im informativen Raum des Computers in Dialog treten lassen. Seit 1990 ist Interactive Art eine Kategorie beim Prias Elektroniker. Manche der Künstler und Künstlerinnen, die hier vertreten sind, beschäftigen sich schon lange mit diesem Thema. Und die Bezüge zur kinetischen Kunst oder zur Op-Art, wo der Betrachterstandpunkt eine bedeutende Rolle spielt, sind gut zu erkennen. Daniel Rosen, ein bekannter amerikanischer Künstler, arbeitet seit langem mit etwas, das man die Urform eines reaktiven Systems nennen könnte, mit Spiegeln. Ein Spiegel ist eine Oberfläche, die etwas zurückgibt, wenn man hinschaut. Und wenn man sich bewegt, wird das Bild diese Bewegung nachvollziehen. Das ist quasi die einfachste, minimalistischste Art von Interaktivität. Er hat über die Jahre die verschiedensten Arten von Spiegeln gebaut, unter anderem auch aus elektronisch gesteuerten Metall- oder Holzplättchen, die ihre Position ändern. Aber jedes Mal wird in Echtzeit ein Bild von der Person, die hineinschaut, rekonstruiert. Daniel Rosen hat das Konzept des Spiegels weit über die Ursprungsform einer glänzenden Oberfläche hinaus erweitert. Sein Wooden Mirror ist eine Fläche aus 830 kleinen Holzfliesen, die sich computergesteuert in verschiedene Positionen drehen und durch die unterschiedliche Schattierung wie Pixel das Bild reproduzieren, das eine Videokamera vor ihnen aufzeichnet. Bei der diesjährigen Ars Electronica ist Daniel Rosen mit einem sogenannten Angles Mirror vertreten. Dieser Spiegel verabschiedet sich gänzlich vom Konzept der Lichtreflexion. Eine Anordnung von kleinen beweglichen Stäbchen reproduziert vielmehr die Winkel, die in der Körperform und Bewegung der Person vor der Kamera auftreten. Bei interaktiver Kunst ist es auch keine Seltenheit, dass sich nicht nur das Bild an der Wand, sondern gleich der ganze Raum durch die Aktionen der Besucher verändert. Eine der diesjährigen Einreichungen kommt von einer Londoner Gruppe namens Random International, Rain Room, der Titel. Das ist ein begehbarer Raum, in dem es permanent regnet. Überall stürzt Wasser von der Decke. Aber während sie durchgehen, erkennt ein Computer ihre Position und verfolgt ihre Bewegungen. Und dort, wo sie sich gerade befinden, wird das Wasser ausgeschaltet. Der Effekt ist, dass man im strömenden Regen umherspazieren kann, ohne dabei nass zu werden. Der Rain Room erhielt eine Auszeichnung, einen der Awards of Distinction in dieser Kategorie. Die Goldene Nika geht an ein Projekt aus der Schweiz namens Pendulum Choir. In der Jury sind wir der Meinung, dass dieses Projekt sich zwischen vielen verschiedenen Feldern bewegt. Es ist eine Performance, eine Komposition. Es ist aber auch ein kybernetisches System, das neun Sänger und eine Menge mechanischer und elektronischer Geräte miteinander verbindet. Die Künstler André und Michel de Costaire aus Neuchâtel nennen ihr Werk ein Chorstück für neun A Cappella-Stimmen und 18 hydraulische Heber. Die Mitglieder des Männerchores sind in etwa einem Meter Höhe in stehender Haltung auf beweglichen Plattformen festgeschnallt. Während der Aufführung können die Sänger einzeln in alle Richtungen gekippt werden. Diese ferngesteuerte Bewegungssequenz ist der Dramaturgie der Musik angepasst und ersetzt sogar den Dirigenten. Das ist nicht nur Dekoration oder Spielerei, denn die Technik wirkt an der Komposition mit und gibt den Sängern neue Möglichkeiten. Schon aus anatomischen Gründen hat die Positionierung Einfluss auf den Gesang. Man könnte auch sagen, das Ganze ist ein Musikinstrument. Es hätte in viele Kategorien fallen können, aber so oder so ist es ein beeindruckendes Werk. Das ist übrigens ein wiederkehrendes Thema bei der Ars Electronica, nicht erst seit diesem Jahr. Selbst die Fachjury ist sich nicht sicher, wie man das nun nennen soll, was man da vor sich hat. Für diese Art von Werken, die alle Genres zu sprengen scheinen, wurde 2007 sogar eine eigene Preiskategorie geschaffen, die Hybrid Art. Gerfried Stocker, der künstlerische Leiter der Ars Electronica, eine auch Reaktion auf eine damals sehr beliebte Diskussion, von wegen, dass die Medienkunst in einer Existenzkrise sei, was ja in Wirklichkeit nichts anderes war als ein ganzer sozusagen natürlicher evolutionärer Prozess, das sehr kategoriebezogene Verständnis der Medienkunst. Dass man sagt, da sind die Musiker, da sind die Grafiker, die Visualisten, die Animationskünstler und dann gibt es halt die Interaktion und die, die arbeiten nur im Netz, dass sich das natürlich zunehmend aufgelöst hat, weil es ja auch die eigentliche Natur dieses Mediums ist, diese pluripotenzialen Möglichkeiten zu haben, wo ich sage, es ist völlig egal in dem Moment, wo ich Information einmal in den digitalen Aggregatszustand überführe. In dem Moment ist alles damit möglich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ein Wettbewerb, der natürlich in Kategorien abgewickelt werden muss, das ist schwer anders zu organisieren, plötzlich auch etwas gebraucht hat, wo wir gesagt haben, okay, alles das, was sich genau mit hoher Virtuosität um diese Grenzüberschreitungen kümmert, sei es die Grenzüberschreitungen zwischen dem künstlerischen Genreis, aber im Besonderen natürlich diese Grenzüberschreitung Kunst und Wissenschaft, das ist so eine spannende und wichtige Dynamik und Entwicklung, auf die müssen wir reagieren und dem auch einen Preis ausschreiben und einen Preis vergeben. Den Hauptpreis erhielt dieses Jahr ein Projekt des Belgiers Kuhn von Mechelen. Sein Kunstwerk manifestiert sich als ein lebendes Huhn mit einem außergewöhnlichen Stammbaum. Ich habe schon als Kind Hühner gehalten. Mit fünf Jahren habe ich von meinen Eltern zwei bebrütete Eier und einen Inkubator geschenkt bekommen. Und ich kann mich erinnern, wie ich dem Küken zugesehen habe, das versucht hat zu schlüpfen. Und was für eine Anstrengung das war für das kleine Ding. Das Hühnerküken muss die wenige Luft, die es im Ei zur Verfügung hat, ausnutzen. Wenn es nicht genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle die Schale durchstößt, stirbt es. Das hat mich fasziniert. Und dieses Bild habe ich bis heute im Kopf behalten. Denken Sie an das Space Shuttle. Wenn Sie zum Mond fliegen wollen, müssen Sie genau den richtigen Zeitpunkt und die richtige Energie erwischen, um aus der Erdanziehung zu entkommen. Wenn Sie das verpassen, sind Sie erledigt. So findet man alles Kleine auch wieder im Großen. Es ist fertig. Also jedes kleine Ding ist ein großes Ding. Mit 13, erzählt Kuhn von Mechlen, habe er seine Eltern einmal gefragt, warum stecken wir etwas in einen Käfig? Als Künstler setzte er sich später intensiv mit Grenzen und Barrieren auseinander. Alles, was Menschen bauen, ist ein Käfig für etwas anderes, sagt Kuhn von Mechlen heute. Als Autofahrer auf dem Weg von einer Ausstellung zu anderen, habe er das gerade wieder am eigenen Leib erfahren. Irgendwann kam ihm der Gedanke, dass, wie er es formuliert, auch ein Huhn schon ein Käfig ist. Ein Ausdruck des menschlichen Willens, der durch Züchtung auf ein Tier übertragen worden ist. Es gibt einen Vogel, von dem alle domestizierten Hühnerarten abstammen, das Bankiwa-Huhn, das am Fusse des Himalaya lebt. Durch die Initiative des Menschen, aber auch des Huhnes, sind sie vor langer Zeit mit uns eine Symbiose eingegangen. Hühner haben sich dann über die ganze Welt verteilt und in jedem Land wurden sie so gezüchtet, dass es etwas über das jeweilige Land aussagt. In Frankreich gibt es das Poulet de Bresse, das einen roten Kopf, einen weißen Körper und blaue Beine hat, die französischen Nationalfarben. In Amerika hat man das größte Huhn der Welt gezüchtet und in China ein Huhn mit seidenartigem Federkleid. Da wird menschliche Kultur in ein lebendes Wesen übersetzt. Ich habe mich dann damit beschäftigt und mich gefragt, dürfen wir das? Dürfen wir ein Lebewesen erschaffen, das wie eine Nationalflagge aussieht? Kulturelle, ökonomische und politische Grenzen spiegeln sich in den verschiedenen Hühnerarten, die den Planeten bevölkern. Um diese Grenzen zu überwinden und ein Zeichen für eine multikulturelle Zukunft zu setzen, begann Kuhn von Mechelen 1999 das Cosmopolitan Chicken Project. Seit 14 Jahren kreuzt er Hühner aus allen Weltgegenden miteinander. Eines Tages will er die Genpools aller lebenden Hühnerarten, die vor langer Zeit getrennt wurden, wieder in einem Tier vereinigen. Ich habe ein typisch belgisches Huhn genommen und es mit dem Polé de Bresse zusammengebracht, und zwar an der Grenze zwischen Belgien und Frankreich. Dieses Küken, das da herauskam, das war für mich eine Skulptur, ein Hybrid, etwas, das Bestand haben wird. Später bin ich nach London eingeladen worden und habe meinen Huhn dort mit einem englischen Hahn gekreuzt. Mit dem Ergebnis bin ich nach Amerika gegangen und immer so weiter. Heute bewegt sich das Cosmopolitan Chicken über die ganze Welt. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass diese Idee größer geworden ist als ich selbst. Ich bin ein Betrachter meines eigenen Kunstprojektes. Mittlerweile existieren 17 Generationen von Cosmopolitan Chicken. Kuhn von Mechelen betreibt auf mehreren Kontinenten eigene Zuchtstationen. Das Cosmopolitan Chicken Project erhielt die goldene Nika für Hybrid Art bei der Ars Electronica 2013. Jury-Mitglied Jens Hauser, Kulturpublizist und Spezialist für Biomedialität, erklärt warum. Das Projekt Cosmopolitan Chicken ist auf der einen Seite natürlich eine witzige Metapher, zu sagen, ich möchte auf jeden Fall einen Superbasta züchten. Das heißt, den Superhybrid, der im Prinzip alle Möglichkeiten, die sich aus Verbindungen zwischen Kenntnisbereichen ergeben, verbildlicht. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine sehr spitzfindige politische Aktion, zu schauen, wie weit es der Mensch mit Technologien, aber auch mit Innovationen wie Rassismus und Eugenik gebracht hat, im Prinzip Natur abzuschaffen und sich vielleicht sich selber abzuschaffen. Cosmopolitan Chicken wird nicht nur als künstlerisches und politisches Projekt auf Dauer Bestand haben, sondern es wird auch wissenschaftlich begleitet und hat dabei bemerkenswerte Ergebnisse generiert. Kuhn von Mechelen. Vor sechs Jahren habe ich begonnen, mit einer Gruppe von Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Sie analysieren das Genom aller Hühner, die in diesem Projekt geboren wurden. Nach fünf Jahren stellte sich heraus, dass die genetische Vielfalt enorm ist. Darüber hinaus war auch die Krankheitsanfälligkeit um die Hälfte gesunken. Die Cosmopolitan Chicken haben eine viel höhere Lebenserwartung und auch die Fruchtbarkeit hat sich um 60 Prozentpunkte erhöht. Hühner sind durch ihre Diversität zu einer enorm erfolgreichen Spezies geworden. Vielleicht sollten wir jetzt von ihnen lernen. Das aktuelle Cosmopolitan Chicken wird beim Ars Electronica Festival zu besichtigen sein, umgeben von einer umfangreichen Stammtafel, einer Kunstinstallation und der wissenschaftlichen Dokumentation des Projekts. Nächste Woche Digital Communities beim Prias Electronica. Alle Informationen und Links gibt es wie immer auf der Webseite dieser Sendung oe1.orf.at slash createyourworld Gestaltung Xaver Forthuber